Shalom, Aleikum, guten Morgen zusammen. Jippie, jippie, Schweinebacken. Da war ich gerade beim Albaner, allerdings für morgens um fünf ist mir die verbale Reisegeschwindigkeit dann doch ein Tick zu schnell gewesen. Ich schlürfe noch am ersten Kaffee und ist mir einfach zu flott. So, ich hätte gerne heute Abend ein Thema. Und zwar hatte ich das gerade angesprochen, Medienkompetenz. Und Medienkompetenz heißt ja nicht nur Fake News, immer stehen die Schemping-Nachrichten nur in der Tageszeitung, alle wollen uns verarschen. Sondern Medienkompetenz ist ja auch ein Teil von jedem von uns in diesem Netzwerk der Nachrichten. Vielleicht finden sich ein paar Leute, die in einer ruhigen, sachlichen Atmosphäre, vielleicht beim Glas Wein oder Bier, Lust haben, darüber zu quatschen. Ich denke mal, irgendwie in der Kante 20, 21 Uhr lege ich los. Ich bin es gewohnt, dass meine Tage langsam losgehen und das bleibt auch so. Zieht die Gänge nicht so, schönen Tag und wie gesagt, alles nicht so wild. Wer sich triggern lässt, hat irgendwas am Internet nicht richtig verstanden. Tschüss.